Ich und mein Pony, sein Name ist Johnny, wir reiten Richtung Sonnenuntergang. Es ist fast wie schweben, ich fühle das Leben. Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Stable Online. Und endlich geht das Spiel auch wieder. Alle sind wieder glücklich und zufrieden und haben aufgehört, Facebook und die Foren voll zu jammern. Nein, okay, also wir haben gesehen, es ging jetzt eine Zeit lang wieder nicht und es ging gestern nicht. Und, also gestern ist Freitag und ich wollte ja eigentlich, soviel jetzt noch dazu, deswegen dieses Video hier. Ich wollte gestern am Freitag eigentlich ein kleines Fantreffen machen. Also, ich wollte es halt machen. Ich habe deswegen nichts gesagt, weil ja die Server eh down waren. Ich habe das so ein bisschen hier intern so leicht kommuniziert, so ein bisschen. Habe auch in der Folge mal was gesagt. Ähm, ja, aber es ging ja nicht, weil die Server ja down waren. Und deswegen habe ich auch da nicht großartig weiter eine Ankündigung gemacht. Heute scheint es allerdings zu funktionieren und deswegen machen wir das Treffen doch einfach heute. YOLO, ja. Also, Leute, wer Lust hat, Fantreffen oder Treffen einfach so. Also, ich bin auf jeden Fall da, ne. Wer kommen will, der kommt halt auch. Ähm, dann machen wir halt ein bisschen Unfug. Vielleicht ein paar Rennen oder sowas. Und, äh, reiten hier so rum, machen so einen Ausritt, machen ein bisschen so eine Wanderung von hier nach Pinta und gehen dann in die Disse und sowas. Wir treffen uns hier an diesem Platz, wo ich jetzt bin. Ich würde mal sagen, hier irgendwo oder da hinten halt beim Baum. Heute Samstag, 20.12. um 18 Uhr, würde ich mal sagen. Könnte auch ein bisschen früher da sein, könnte auch ein bisschen später da sein. Vielleicht werde ich vorher sowieso noch ein bisschen was aufnehmen oder so. Und dann bin ich eh da. Wer Lust hat, kommt einfach um 18 Uhr hierher. Und dann starten wir so langsam los und gehen dann Richtung Fort Pinta. Also, wer uns dann nicht findet um 18 Uhr hier, dann sind wir wahrscheinlich schon unterwegs nach Fort Pinta. Joa, soviel dazu. Nur ein kleines Infovideo. Ähm, ich mach's hier unten, damit auch die Nicht-Star-Rider dabei sein können. Das finde ich zum Beispiel ganz wichtig. Und dann werden wir hier so ein bisschen, so ein bisschen hier wie Helene gerade schon. Das macht hier so ein bisschen den Kreisreitern. Und dann kann man vielleicht ein bisschen aufnehmen und ein bisschen Screenshots machen. Und für alle die, die jetzt nicht dabei sein können, ihr könnt euch das dann auch auf jeden Fall auf YouTube anschauen. Und es wird noch bestimmt um Weihnachten rum, ob davor oder danach, mal schauen, äh, noch ein zweites Treffen geben oder sowas, wenn ich jetzt schon mal Zeit habe. Und für wen es vielleicht interessant ist, ich werde vielleicht, ich weiß noch nicht, ob ich das zeitlich schaffe, ähm, das Treffen heute auch parallel Livestreamen. Ähm, wenn ihr das dann sehen wollt, weil ihr vielleicht nicht auf dem Server seid und es nicht schafft, euch einen zweiten Account zu erstellen, der dann hier auf dem Server ist, weil normalerweise werden neue Accounts jetzt immer auf Server 1 geworfen. Deswegen ist da, glaube ich, auch so viel los. Ähm, weil sie es halt servermäßig nicht hinkriegen und halt momentan dann nur Probleme haben. Joa, die können sich das dann auch auf Livestream anschauen. Ähm, twitch.tv slash der Päcki. Könnt ihr auch auf meinem Kanal auf YouTube, ist das verlinkt, im Kanalbild auf der rechten Seite. Da ist der Twitch-Button, da kommt ihr zum Livestream-Kanal und da könnt ihr euch das dann auch angucken. Ich hoffe, dass ich es hinbekomme. Ansonsten nehme ich es halt nur auf. Mal sehen, vielleicht kriege ich es ja auch live gestreamt. Ne, das gibt manchmal so ein bisschen Probleme wegen Lag, aber es sollte schon passen. Ansonsten, äh, Schluss für das kurze Video. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen hier Episoden aufnehmen. Muss ja auch noch ein bisschen weiterkommen in meiner Story und Zeug und so und Level und klar, ne. Ähm, so viel zum Infovideo. Heute Fantreffen. Wer Lust hat, wer nicht Lust hat, wer keinen Bock hat, keine Zeit hat, der kommt halt dann wann anders mal, ne. Bis dahin. Tschüss und bis dann. Tschüss und bis dann.